Wenn ich talk, wenn ich chat, ob im Bad, ob im Bett, immer bin ich mit mir so identisch. Mit einem Wort, ich bin so authentisch. Gegen den Gestank von Biodessous aus naturbelassenem Hanf kann man nichts machen. Gegen den Anblick aber schon. Wichtige Menschen kennen sich in London aus und sind auch in Paris und LA zuhause. Wichtige Menschen kennen wichtige Leute, wichtige Menschen sammeln Fakten als Beute. Du bist wichtig, du bist nicht so richtig, wichtig, du bist eher richtig, wichtig, aber ich bin überlebenswichtig. Weißt du, heutzutage, was mein Doc gesagt hat, als ich mit meinem Burnout zu ihm gekommen bin? Wo brennt's denn? Juhu! Gib's zu, du hast die FDP gewählt. Wir hatten schon lang den Verdacht. Doch jetzt haben wir nie mehr viel Zeit. Du hast bei denen dein Kreuz gemacht. Du trägst mir lieber einen Schlaferzug mit einer blau-gelb Stickerei. Du kuschelst in Forte-Bettwäsche mit irgend Homburgers Konterfall. Trinkst ein, kommst bei gut Brüderle. Hieß Christian Lindners Biografie auf deinem Schlüpfer. Da ist Konzeria Pipa! Das grenzt doch an Pornografie. Wenn der Afrikaner nicht schnachselt oder nicht Bürger kriegt, muss er gefälligst Essen betteln. Den Teller hat er ja immer beraten. Ich bin schuld. Ich hab' so ein schlechtes Gewiss. Und ich bin schuld. Ich möcht' mich am Essen verbissen. Und alle wie sexy wie das Scheidungsrecht Aber krieg's dasselbe gar nicht mit. So, und du denkst, ich bin ein Toller. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, du, Ernst ist halt nie! Vorbei!